Am nächsten Stück geht es um wilde Energien. Es geht um die Nacht, in der die Tore zwischen den Welten offen stehen. Um die Vereinigung von Gott und Göttin, kurz gesagt, es geht um Beltane. Und nach einem kurzen Call in dem Spirits, mit dem wir die Geister der Natur rufen, heißt es im Text, tanze mit wilden Energien, lass uns Feuerkreise ziehen, tanze, tanze immer zu, bis ich in deinen Armen ruhe. Also Mädels, schnappt euch eure Jungs und natürlich auch umgekehrt. Und als besondere Überraschung wird Jasra zu diesem Stück tanzen. Und ich finde, das hat einen extra Applaus verdient. Bitte einen Applaus. Und da kommt jetzt unser kleinstes Instrument zum Einsatz, eine Maritur. Wir haben sie gefunden. Auf, dass sie dann irgendwo verschollen und dann muss es umsehen gehen. Und da kommt jetzt unser kleinstes Instrument zum Einsatz, eine Maritur, 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 eine Maritur. Und da kommt jetzt unser kleinstes Instrument zum Einsatz, eine Maritur, 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 eine Marit Musik 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 Musik